Ein allererster Trailer zu den Disney Plus Serien von Marvel ist heute Morgen um 4 Uhr offiziell erschienen. Der geht leider nur 30 Sekunden, aber der zeigt uns wirklich sehr viele erste Szenen zu The Falcon and the Winter Soldier, zu WandaVision und ganz überraschend sogar zu Loki. Alle Szenen dazu und eine geile Traileranalyse wird es in diesem Video geben. Fangen wir also direkt an. In der ersten Szene in der Trailer sieht man den Schild von Captain America in einen Baumstamm reingerammt und Sam Wilson holt es dann raus. In der nächsten Szene sehen wir dann, wie er diesen Schild gegen einen anderen Baum wirft und in dieser Szene wird er einfach nur trainieren und er wird dann einfach versuchen, diesen Schild perfekt zu werfen und er trainiert den Umgang mit dem Schild von Captain America. Denn das ist auf jeden Fall, wie man schon einen Captain America Film gesehen hat, eine Kunst. Und er will einfach sehen, ob er bereit dafür ist und ob er diesen Schild wirklich tragen kann und über die Serie verteilt, wird er sich dann als würdig erweisen, der nächste Captain America zu sein. Also in dieser Szene trainiert er den Umgang mit diesem Schild. Danach sehen wir das Marvel Studios Logo, wie es von Rot auf Blau wechselt. Warum das so ist? Ganz einfach, denn das Disney Plus Logo hat einen blauen Hintergrund. Und ich glaube, weil wir wissen ja schon, am Anfang von jedem Marvel Film ändert sich das Marvel Studios Logo auf einer gewissen Art und Weise, sodass es zum Film passt. Und bei den Disney Plus Serien wird es so sein, dass das Marvel Studios Logo am Anfang von einem roten Hintergrund auf ein blaues, auf einem blauen Hintergrund, tut mir leid, wechselt einfach zu zeigen, dass es Disney Plus Serien sind. Eigene Logos für die Serien werden, glaube ich, nicht kommen. Alle Serien werden dann einfach dieses Logo haben, sodass man sie schön gruppieren kann und wirklich offensichtlich sehen kann, dass es Disney Plus Serien sind. Also der neue, beziehungsweise das neue Marvel Studios Logo. Als nächstes sehen wir drei oder vier Männer in Wingsuits durch die Lüfte fliegen. Und wenn man das Video pausiert und wirklich auf ihre Hände schaut, sieht man, dass sie Pistole in der Hand haben. Meiner Meinung nach oder meines Wissens nach denke ich, dass das Hydra-Agenten sind. Und in der nächsten Szene sehen wir Falcon im neuen Kostüm, das uns ja schon gezeigt wurde durch Concept Art mit den Flügeln, mit seinen klassischen Flügeln. Und wie er durch die Lüfte fliegt und das sieht richtig, richtig geil aus. Ich feiere Falcon und ich feiere auch diesen Anzug und wie er sich durch die Lüfte bewegt. Deswegen, solche Action oder solche Verfolgungsszenen in der Luft werden auf jeden Fall in der Serie sehr oft vorkommen und darauf freue ich mich wirklich. Also hier nochmal das neue Kostüm vom Falcon. Danach sehen wir auch einen ersten Look zum, in Anführungszeichen, neuen Bucky. Also er hat jetzt seine längeren Haare kurz geschnitten und seinen Bart auch abräsiert. Also er sieht nicht mehr so aus wie Jesus, kann man so sagen. Und er hält Baron, Baron, tut mir leid, Baron Simon, eine Pistole am Kopf. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, ein sehr beängstigendes Auftreten. Und auf jeden Fall, man sieht, er hat sich vielleicht außerhalb verändert, aber der Winter Soldier, beziehungsweise Bucky Barnes, ist noch ein sehr tougher Soldat. Und in dieser Szene finde ich richtig cool und sieht richtig, richtig geil aus, wie Bucky das Magazin auslädt und die Kugeln dann auf den Boden runterfallen lässt. Und in dieser Szene sieht man hier eine Kugel, die perfekt in die Richtung von Baron Semos Kopf zeigt. Deswegen denke ich, dass er irgendwann am Ende der ersten Staffel dann durch einen Kopfschuss sterben wird. Vielleicht von Bucky, das wäre dann richtig geil. Aber hier seht ihr den und er zeigt perfekt in die Richtung von Baron Semos und ich glaube, er wird durch einen Kopfschuss sterben. Also einen ersten Einblick in Winter Soldier und auch Baron Semos. Und danach geht es los mit WandaVision. Da haben wir sehr viele Szene bekommen und da können wir wirklich stundenlang labern. Also ich habe schon ein Video zu WandaVision gemacht, aber kurz gesagt, worum geht es in der Serie? In WandaVision geht es darum, wie Wanda mit ihren Superkräften eine neue Realität für sich erschafft, wo Vision noch lebt. Denn wir wissen ja, Vision war ihre große Liebe und er wurde von Thanos getötet. Und in dieser Serie benutzt sie ihre realitätverändernden Kräfte, um eine ganz neue Realität für sich zu erschaffen, wo Vision noch lebt und wo sie ihr perfektes, romantisches Leben mit Vision führen kann. In dieser Realität heiratet sie Vision, sie wird ein perfektes, sehr glückliches, verheiratetes Leben und sie bekommt noch Kinder. Aber das ist eine Scheinrealität, also das ist nicht echt. Weil das Setting von der Serie ist sehr glücklich. Wie ich schon gesagt habe, es ist ja wie eine Sitcom. Also es ist eine sehr glückliche und eine sehr happy Setting. Also sehr glücklich, sehr viele Lacher, sehr viel Humor. Aber unter dieser humorvollen und glücklichen Schicht ist eine sehr tiefe Schicht von Wanda's Tragödie. Kann man schön sagen. Und deswegen, es geht eigentlich um Wanda's Tragödie, wie sie ihre große Liebe verloren hat und wie sie damit jetzt umgeht. Und jetzt verändert sie die Realität komplett, sodass sie ihr eigenes Leben besser führen kann. Also aus egoistischen Gründen eigentlich. Und dann geht es in Doctor Strange 2 rüber, weil sie die Realität komplett verändert und dann irgendwas schief läuft. Also in Doctor Strange 2 versucht dann Stephen Strange mithilfe von Wanda dann die Realität wieder gerade zu biegen. Und in dieser Szene sagt Vision in schwarz-weiß, Wanda willkommen zu Hause. Danach sehen wir auch Wanda in diesem klassischen 50er-Look, in diesem klassischen 50er-Sitcom-Look mit kurzen und lockigen Haaren. Und das ist schwarz-weiß, weil es diese Schein-Realität ist, diese Realität, die Wanda selber erschaffen hat. Danach geht es ganz schnell weiter mit dieser Szene. Dort hat Wanda längere und glatte Haare und ist auch sehr fröhlich. Und danach sehen wir auch Wanda hier in ihrem originalen Comic-Kostüm. Aber mehr dazu kommt gleich. Und hier sehen wir eine sehr interessante Szene. Und zwar Wanda in ihrem normalen Look, den wir schon kennen, also mit ihren längeren Haaren und ihrer normalen Alltagskleidung. Und der Hintergrund ist aber schwarz-weiß. Sie ist aber in Farbe. Dann sehen wir hier noch Wanda hier wieder mit ihrem 50er-Look mit den eher lockigen Haaren, aber in Farbe. Und hier sehen wir Wanda in einem Hochzeitskleid mit Vision. Und dann geht es nochmal weiter mit Wanda mit glatten Haaren und einem Babybauch. Sie ist schwanger und sie wird Kinder in dieser Serie bekommen. Und hier haben wir noch ein 50er-Look von Wanda, auch in schwarz-weiß. Also das waren mal ganz schnell ein paar Looks von Wanda. Aber was bedeutet das konkret? Wie schon gesagt, es ist eine eigene Realität, die nicht wirklich echt ist. Denn Wanda kann nicht mit dem Schmerz umgehen. Und deswegen hat sie diese neue Realität erschaffen. Das ist alles nicht echt. Und deswegen gibt es verschiedene Timelines oder verschiedene Realitäten. Einmal gibt es diese 50er-Sitcom-Realität in schwarz-weiß. Und einmal gibt es das echte Leben in Farbe. Und mehr und mehr wird dieses Leben für Wanda immer und immer echter. Ungefähr am Ende der Serie wird Wanda die echte Realität, ihr tragisches und echtes Leben, wo Vision schon tot ist und ihre eigene, selbst erschaffene Realität nicht mehr unterscheiden können. Das ist so meine Theorie. Und deswegen hier diese Szene, die ich euch gerade gezeigt habe, die spielen alle in dieser Schein-Realität. Schwarz-Weiß ganz am Anfang. Denn Wanda erschafft diese Realität und sie muss erstmal darauf klarkommen. Deswegen ist es am Anfang schwarz-weiß. Aber mehr und mehr wird es zu ihrer Realität, das nicht wirklich echt ist. Deswegen kommt dann die Farbe auch rein. Hier sehen wir sie sehr glücklich mit längeren, glatten Haaren. Das ist auch in dieser Realität mit Vision. Hier sehen wir sie mit ihrem klassischen Kostüm. Jetzt stellt sie sich die Frage, ist das ihr neues Kostüm? Meines Wissens nach nein. Ich würde es sehr gut finden, wenn sie eine Halloween-Folge machen. Weil das ist ja wie eine Sitcom und das könnte sie, das würde einfach perfekt passen. Und ich denke, das ist eine Art Halloween-Folge. Und Wanda verkleidet sich dann so für Halloween. Und das ist dann insgeheim ein Easter Egg für alle Marvel-Fans. Also das wird nicht ihr klassisches Kostüm sein. Sieht aber sehr gut aus an der Schauspielerin Elizabeth Olsen. Denn sie ist die perfekte Scarlet Witch. Dann wieder diese Szene. Hier sehen wir Wanda sehr traurig. Aber sie ist in Farbe und ihr Hintergrund nicht. Woran liegt das? Ein paar Szenen später sehen wir dann das. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Szene für die Serie. Denn alles um sie herum ist schwarz-weiß. Warum? Denn das ist diese Realität, die sie gerade erschaffen hat. Sie ist in Farbe, weil sie noch echt ist. Sie lebt ja noch. Sie ist ja nicht tot. Sie ist noch echt. Aber alles drumherum hat sie selber mit ihren Superkräften erschaffen. Und das ist dann alles wirklich nicht echt. Wie schon gesagt, das ist eine Art Schein-Realität. Deswegen ist Wanda auch sehr traurig hier. Weil sie Vision nochmal sieht und einfach die ganzen Emotionen nochmal aufkommen. Und hier nochmal die Szene. Da sieht man Wanda wieder mit ihren lockigeren Haaren. Und das ist dann auch dieser fünzige Look. Es ist in Farbe, weil ich glaube, das ist eher so in der Mitte der Serie, wo ihre erschaffene Realität sozusagen die echte ist für sie. Also die normale Realität und diese fiktive Realität, die sie erschaffen hat, haben sich jetzt verschmolzen. Was natürlich nicht gut ist, da sie das nicht mehr unterscheiden kann und somit wirklich in ein Dilemma gerät. Also die Serie wird auf jeden Fall sehr viel mit Wanda's Psyche zu tun haben. Und vielleicht könnte sie am Ende der Serie komplett ausrasten. Und vielleicht sogar die Welt oder sowas zerstören. Keine Ahnung. Genug gelabert von WandaVision. Es geht weiter mit noch einer Szene von The Falcon, The Winter Soldier. Und zwar die erste Szene mit dem US-Agent. Wir haben schon von Setbildern gesehen, dass der US-Agent so eingeführt wird. Also das ist ein, ich glaube, das ist ein Football-Match. Also ähnlich wie Super Bowl. Wir sehen diese ganzen Marsch-Bands oder diese Marching-Bands von den Highschools in Amerika. Und der US-Agent läuft rein, gibt dem Typen einen High Five. Und somit wird er eingeführt. Aber nicht verwechseln. Das ist kein guter Captain America. Das ist der Captain America von der Regierung. Ein Video zu ihm habe ich schon gemacht. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr böser Mann. Dann sehen wir hier diese Szene von Bucky und Sam. Die Szene kennen wir schon aus der CTX-B. Jetzt sehen wir sie nur in Farbe. Also nichts Besonderes. Und jetzt sehen wir wieder eine sehr besondere Szene. Mal wieder zu WandaVision. Hier ist Vision auch in Farbe. Und alles ist in Farbe. Warum? Die Realität, die sie erschaffen hat und die normale, echte Realität, haben sich verschmolzen. Und es ist sozusagen zu spät für Wanda. Und wir sehen hier unten zwei Krippen und zwei Babys wahrscheinlich, die ihre Schnuller ausspucken. Warum? Weil in dieser folgenden Szene, die ich euch jetzt zeige, sieht man ja Wanda, die schwanger ist. Und in den Comics hat Wanda, ja wie schon gesagt, in einem anderen Video, zwei Kinder. Und das, meine Damen und Herren, sind die ersten Mitglieder der Young Avengers. Tut mir leid. Wiccan und Speed. Billy und Tom. Und zu Billy habe ich auch noch was. Denn Billy ist Wiccan. Der ist ein Zauberer. Und in dieser folgenden Szene, die ich euch jetzt zeige, sehen wir im Kühlschrank verschiedene Kritzeleien. Wahrscheinlich von Wanda's Kindern. Und ein gebasteltes B, das für Billy bzw. Wiccan steht. Also das sind Wanda's Kinder. Aber die sind leider nicht echt. Also diese Serie, wie schon gesagt, hat eine sehr humorvolle Schicht oder ein humorvolles Setting. Aber unten drunter gibt es dann diese riesige Tragödie. Also diese Serie wird auf jeden Fall sehr traurig sein. Denn diese Kinder sind leider nicht echt. Das ist ja alles nur der Gedanke von Scarlet Witch. Und jetzt kommen wir zu was sehr Spannenden. Und zwar Loki. Also wie wir schon wissen, The Falcon, The Winter Soldier und WandaVision kommen dieses Jahr raus. Loki wird aber schon gedreht. Deswegen kommt Loki nächstes Jahr irgendwann im Frühling raus. Aber dass wir schon jetzt eine Szene bekommen, ist wirklich krass. Also wir sehen das Logo natürlich. Was meiner Meinung nach immer noch hässlich aussieht. Aber ist ja auch egal. Und eine erste Szene. Das ist eine erste offizielle Szene zu Loki. Das finde ich echt erstaunlich, dass es so schnell ging. Aber ist ja auch egal. In der Szene sitzt Loki in einem dunklen Raum. Und er hat ein Poloshirt an. Was steht auf seinem Poloshirt? Da stehen die drei Buchstaben T, V, A drauf. Und was bedeutet das? Ihr wisst es höchstwahrscheinlich nicht. Aber ich schon. In den Marvel Comics gibt es eine Organisation. Und zwar die TVA. Das steht für Time Variance Authority. Also die Zeitvariance Autorität. Und in den Comics beschäftigt sich, tut mir leid, mit Zeitlinien und alternativen Dimensionen. Ich kann nicht reden, tut mir leid. Und sie versuchen das Multiversum gerade zu halten, gerade zu biegen. Und sodass nichts Schlimmes passiert. Und das Multiversum nicht ins Chaos gerät. Aber da wir schon wissen, dass Loki mit dem Tesseract in Avengers Endgame geflohen ist, hat er auf jeden Fall für sehr viel Chaos im Multiversum gezeugt. Und sehr viele Zeitlinien nochmal erzeugt und auch zerstört und wirklich ein Chaos für die TVA einfach erschaffen. Denn meines Wissens nach wird er in dieser Serie von der TVA gefangen genommen, da er eigentlich ein Verbrecher ist, der ja die ganzen Zeitlinien komplett zerstört hat oder neu erschaffen hat. Deswegen wird er von der TVA festgenommen. Er sagt dann auch, ich bin bereit, diesen ganzen Ort in Flammen zu setzen. Und ich glaube, das wird er dann auch tun. Und somit bricht er aus der TVA aus, nimmt sein Tesseract wieder an sich und sorgt für noch mehr Chaos in der Serie. Und darum geht es ja auch in Loki. Deswegen wird die Serie auf jeden Fall sehr spaßig. Dann sehen wir noch Wanda und Vision. Zwei Namen, die ich in diesem Video sehr oft gesagt habe. in ihrem klassischen 50er-Look in schwarz-weiß. Dann hier eine sehr schöne Szene von Bucky und Sam, wo man wirklich ihre Freundschaft, fast schon Brüderlichkeit sieht. Denn ich liebe die zwei zusammen. Ich freue mich auf die Serie. Ich finde, diese zwei Leute, diese zwei Superhelden passen wirklich perfekt zueinander. Und hier nochmal ein Zeichen für ihre Freundschaft. Und das war's. Erster Trailer zu den ganzen Disney-Plus-Serien. Tut mir leid. Eine Analyse. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir dein Like da. Wenn euch mein Content auf diesem Kanal gefällt, lasst bitte ein Abo da. Müsst ihr dich nicht, nur wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.